Hallo, mein Name ist Bernd Stamp und ich arbeite bei NCIFER Security. Auf dem IoT-Strategie-Forum möchten wir gerne mit Ihnen darüber sprechen, wie NCIFER Security helfen kann, Vertrauen, Integrität und Kontrolle in Ihre IoT-Deployments zu bringen. Und das von der ersten Authentisierung Ihrer Geräte bis hin zum sicheren Software-Update im Feld. Das Internet der Dinge birgt unendliche Möglichkeiten an neuen Business-Modellen. Diese Technologietransformation öffnet aber auch gleichzeitig Tür und Tor in Ihr Firmennetzwerk. Zum Beispiel konnten Angreifer über einen gekaperten Thermostat in einem Aquarium über 10 GB an Daten auslesen. Durch die Zusammenarbeit unserer Hardware Security Module mit weltweit führenden Technologie-Partnern helfen wir Ihnen, diese Herausforderung zu meistern. Wir helfen Ihnen, Ihre Geräte mit sicheren und eindeutigen Identitäten auszustatten und damit gleichzeitig alle Aufgaben im kompletten Lebenszyklus sicher zu meistern. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen über unsere Endschild-HSMs sowie die Lösung rund um unsere Technologie-Partner zu sprechen und wie Sie damit die Root of Trust für Ihre IoT-Deployments bereitstellen können. Jahrhend 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 Vielen Dank.